Tio, moin meine Kinderleihen, willkommen zum heutigen CSGO-Video. Gleiches Livestream oder vielleicht sogar jetzt schon, ja eher jetzt schon. Ähm, ab 18 Uhr, weil das Video kommt dann erst, oder wie immer, passend zum Stream um 18 Uhr. Jungs, das ist meiner, Dankeschön! Ich alter Pisser. Ich bin schon so ein kleiner Leuchtt, zwei Schuss noch, hallo, what the fuck. Ja, ich hab mal wieder eine neue Frise am Stissel, also was heißt neu? Okay, ich hab ja an sich, äh, jetzt keine neue Frisur, ne, aber die Haare sind eben geschnitten, zum Sommer hin. Schön kurz und so, dass ich mich nicht so totschwitze. Äh, letzte Woche hab ich ja noch wirklich, äh, da bin ich ja verreckt, wenn ich gestreamt hab. Ich hab jetzt auch wieder öfter die Klimaanlage an, das war jetzt doch erstmal eine recht kalte Zeit, aber eine etwas kühlere Zeit so die letzten paar, äh, Wochen. Ich glaube, es war 14 Tage lang etwas kühler als sonst, aber ja, es ist jetzt ja wieder angestiegen, es ist fucking hot. Und, äh, so, komm, jetzt hastle ich euch hier mal easy den Win hin, das ist mein AFKler, hallo. Oh, 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 ich hab nur 10 HP, Jungs, äh, das zählt nicht. Ja, und heute wird dann wieder dick reingestreamert, ab 18 Uhr. Stream ist jetzt, wie gesagt, schon laufen, ihr könnt einfach mal reinglotzen, der Link ist ja in der Videobeschreibung. Oh. Oh no. Ja, der Link steht in der Videobeschreibung, ganz oben hab ich ihn wieder platziert. Und da könnt ihr einfach mal neijoinnen, es gibt fewer games, giveaways und so weiter und so fort. Vielleicht, ah, dankeschön. Ja, das war schon meiner. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das war schon mein, oh. Hallo. Warte mal, warte mal, Leute, Leute, oh Gott, jetzt steh ich aber kacke, danke, jetzt haben sie mich gerettet. Alter, wie wir die gerade trappen, das ist schon so ein bisschen fies, ne? Das haben sie eigentlich nicht verdient, die Amteas, dass das so, äh, gespawntrapped werden. Wo ist denn der, der Klaus war? Da unten tackelt einer rum. Ist der mit der ekligen Pump? Ah, ist das gerade eben ein Gegner gewesen? Ich hab keine Ahnung. Die Map ist halt schon wirklich krass hier mit ihrem ebenen, äh, Unterschied, Höhen, äh, Geschichts, äh, Ding. You got it. Aha. Komm, 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 komm. Ahahaha. Ich, Alter, kill's neck, boy, Alter, wuh. Uh, schon so ein bisschen unfair, ja, klar. Kann man nichts machen, kann man nichts machen. Aber das Timing auf jeden Fall auf meiner Seite, dass der Mate da einfach gekillt wurde, der da auch drauf gegeiert hat. Uh, 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 Alter, ich glaub, die Pumps hab ich noch nie so schnell hinter mich bringen können. Wie jetzt gerade diese, das, das war der, äh, äh, x-Schuss, x-win, x-Treffer. Schalala. Komm, jetzt wird aber nicht hier die, die Dinge zum krepeligen, äh, Akt der Verzweiflung, ja? Na also. Na also. Oh. Wie? Hat der, war das denn der Negev? Nee, ne? War ja irgendein Scheißdirektor, Galil oder sowas. Irgendwas hässliches. Wobei es ja auch schicke Galils gibt, so ist es nicht. Huh. Okay, jetzt hab ich den Nuguf. Oh, Pum. Na, das hätten sie mir jetzt aber nicht zwingen klauen dürfen, Jungs. Also, Negev ist auch, oder beziehungsweise M249, ist ja auch nochmal so ähnlich wie Pump. So vom Codhaftigkeitsgrad her. Ah, Jungs. Das ist mir gerade eher ungerecht, dass er mir jetzt hier die Killzern downsnackt, hallo? Und vor allem, dass dann im passenden Moment auch direkt der Gegner da steht, um mich zu hustlen. Oh, shit. Jetzt holen die Kack-Noobs natürlich wieder auf. Ja, wenn Fatih hier an der dicken Wummer hängt. Bitter. So, komm mal her. So, na also. Und Diemchen hier noch. Ah, scheiße, das muss ich nachladen. Das ist auch ein Scherz. Da wird doch jetzt keiner... Oh mein Gott! Dankeschön, Jungs. Endlich. Hab da mal was Sinnvolles gemacht. Komm, komm. Also, scheiß Dinge. Also, ich kann die Negev einfach nicht... Die ist nichts. Ich sag dazu Negev, auch wenn es eigentlich die MZ-49 ist. Ich weiß. Ich weiß. Aber trotzdem kann ich mit der Negev nichts. Das geht nicht. Ein Headshot hat aber... Oh, ne, okay. Ich dachte, der wäre reingegangen. Schade. Unten haben wir Autosnipe stehen. Da darf ich jetzt nicht so weit vortreten. Und eine mit einer WP. Da oben. Super. Jetzt wahrscheinlich jetzt auf die letzten paar Meter schon nochmal eine Runde hart. Weil die jetzt gerade an die Snipe-Geschichten kommen und ich mit einer Pistel von 1000 Kilometer Entfernung dann da meine... Hier muss der Matten natzen, ne? Ah, Schizzle, Mann. Die müssen jetzt ein bisschen closer kommen, Jungs. Ich brauche Close-Kills. Ah, da ist einer. Ah, da ist einer. Ah, dann ist er wieder weg. Ah, 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 ah. Leute, hopp. Ich muss mal jetzt echt mal wieder den Sieg einfahren. Ja, das geht doch nicht. Den letzten Live-Sieg, ja, wo ich direkt dazu kommentiere. Wie lang ist der schon her? Wochen? Jahrzehnte? Oh Gott. Er ist... Er hat ne... Weißt du, er hat den Vorteil des Grauens. Weil er mit der Pump direkt in mir steht. Aber ich hatte wiederum einen Vorteil. Und zwar wusste er nicht, dass ich das bin. Komm. Komm, da kommt jetzt einer. Ach, scheiß doch. Die Wand an. Hier. Der andere hat mich schon überholt. Das ist ja wohl höchst lächerlich, sowas. Das geht an sich ja nicht. Also, ich meine, es geht ja rein technisch nicht. Geht sowas nicht, ja? Man kann mich nicht überholen. Juhu. Juhu. So. Nein, nein. Oh Gott. War natürlich geplant, ne? Ist klar. Oh, fuck. Oh nein, er hat schon das Knife. Nein, bitte jetzt. Lack nicht rein. Ich hoffe, die Gegner sind hier knifetechnisch genauso schwierig wie sonst auch, ne? Wenn ich hier Knife hab, dass sie richtig schön davonrennen. Und nicht im Rücken gerade zu einem stehen. Das ist ja oftmals... Oh, sonst würde ich fail. Hoch 10. Das ist ja oftmals so, dass die Gegner dann genau in diesem Moment, ja? Wenn die Mates das Knife haben, dann laufen sie auf einmal alle mit dem Rücken nackt mit untergelassener Hose auf den Mates zu, ja? Und wenn ich das Knife hab, mit Negev. Mit vier Negev. Und die sehen mich auch schon. Da! Da hat die Negev! Also, die M200, äh, Fickwurst. Ja. Ganz klar, der Win ist eigentlich verdient auf meiner Seite, aber ich seh's kommen, dass das nichts wird. Ja, komm her, Furzknoten. Oh Gott. Oh Gott. Na. Vielleicht geh ich runter. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, hallo, Monsieur! Kann ich sie vielleicht? Ach, du Scheiße. Komm, ich geh jetzt unten lang und hoff einfach, dass mir hier... Einer entgegenkommt und zufällig nichts sieht und blind ist auf beiden Augen. Das wird nix, das wird nix, Leute, das wird nix. What the fuck? Kann hier einer vielleicht runterkommen von euch? Ne? Ja. Muss ich halt hochkommen. Jetzt hat noch einer einen Kniff, der sogar einen Gegner. Okay, jetzt wird's wenigstens ein bisschen spannend. Schwierig, jetzt ist es leicht schwierig. Oh nein, ich fass es nicht. Mitte! Es ist doch einer, der war vorhin, als ich die, die, hier, die... Wo hing ich fest bei der Negev? Da war der auf Rang 1 noch. Ja, natürlich aufholen, das ist klar. Schizzle, Schizzle, Schizzle. Naja, vergesst den Livestream nicht, ja? Heute, 18 Uhr, also ab 18 Uhr läuft der Stream bereits. Kommt dran, ich erwarte euch brutal... Wer jetzt hier einen Skin gewinnen will, einen Random CSGO-Skin, schreibt einfach, ob er in den Stream kommt oder eben nicht. Hasselt rein, macht's gut. Ciao, ciao!